Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass n über k genau definiert ist als n! gebrochen durch k! mal n-k! beziehungsweise durch n mal n-1 mal n-k plus 1 gebrochen durch k! Dein Ziel für dieses Video ist, Binomialkoeffizienten geschickt händisch zu berechnen. Schauen wir uns gleich ein paar Aufgaben an. Aufgaben a und b. Nimm dir kurz Zeit, berechne die Binomialkoeffizienten ohne Taschenrechner. Pausiere dafür kurz das Video, wir sprechen dann gleich noch über die Ergebnisse. Also gut, beginnen wir mit 15 über 1. Bevor wir jetzt in irgendeine Formel einsetzen, können wir auch einfach darüber nachdenken, was das ist. Kombinatorisch so bedeuten würde. 15 über 1 wäre genau die Anzahl der Möglichkeiten aus 15 Leuten eine Person auszuwählen. Es liegt irgendwie fast auf der Hand, dass das genau 15 sein muss. Natürlich kann man hier auch mit der Formel arbeiten. Natürlich erhält man so auch das richtige Ergebnis. Man kann entweder in diese Formel einsetzen und verhältnismäßig viel rechnen, beziehungsweise man kann dann eh recht schnell viel kürzen oder eben gleich in die zweite Formel einsetzen. Das reduziert sich dann sehr schnell, dass man erkennt, naja, okay, auch über die Formel landen wir beim Ergebnis 15. Aber manchmal muss man gar nicht gleich zu rechnen beginnen. Es ist manchmal hilfreich, zunächst darüber nachzudenken. Okay, Aufgabe B, 15 über 2. Da würde ich vorschlagen, wir verwenden jetzt eine Formel. Es zeigt sich, dass gerade die zweite Art, die Formel anzuschreiben, die wir vorhin verwendet haben, manchmal vorteilhaft ist beim händischen Berechnen, weil es einfach weniger Multiplikationen sind. Einem Taschenrechner wäre das jetzt relativ egal, uns nicht. Also das könnte man berechnen mit 15 mal 14, gebrochen durch zwei Faktorielle. Und das ergibt dann genau 105. Na gut, es gibt jetzt noch zwei Aufgaben, C und D. Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, berechne wieder diese beiden Binomialkoeffizienten ohne Taschenrechner, pausiere kurz das Video und auch bei denen sprechen wir dann noch über die Ergebnisse. Na gut, machen wir weiter mit C, 15 über 13. Wir können, wenn wir wollen, einfach in die Formel einsetzen oder wir erinnern uns an eine sehr schöne Eigenschaft des Binomialkoeffizienten und zwar die Symmetrie des Binomialkoeffizienten und stellen fest, 15 über 13 ist genau das gleiche wie 15 über 2. Das haben wir aber bei B schon ausgerechnet und das ist genau 105. Zur Wiederholung, Symmetrie des Binomialkoeffizienten bedeutet, dass n über k das gleiche ist wie n über n minus k. Bei der letzten Aufgabe, 6 über 3, können wir einfach wieder in unsere Formel einsetzen. Diesmal ist ein bisschen mehr zu rechnen, also 6 mal 5 mal 4, gebrochen durch 3! und das ist gleich 20. Das ist eigentlich das Überschreiben. Sofern nicht locker in uns affectiert,